Und damit ein ganz herzliches Willkommen zurück bei Remember Me. Wir sind weiter tief in der Bastille eingedrungen und wollen jetzt weiter. Wir müssen Madame finden. Ich guck mal, was hier drin ist. Keine Ahnung, warum ich mich jetzt hier verstecken konnte. Ich geh mal wieder hier rein. Hier ist doch nix. Warum kann ich denn hier rein, wenn da nix ist? Ihr Gedächtnisjäger seid alle so naiv. Verzucht euer Geschick mit Diebstahl. Mausi, ich zeige dir die wahre Macht des Memory-Spiels. Oh oh. Und hinterher wirst du denken, du hättest mich immer verehrt. Nein, niemals. Ruhe. Mit der Zeit wirst du bereitwillig dein Leben für mich opfern. Weißt du ja etwa, dass Nillin da ist? Jetzt oder nie, Schwester, schnapp dir den Zugang zu den Gefängnisse-Servern. Dir wird's hier gefallen. Mein Gott, Edge. Das war Bad Request. Sie haben ihn. Nicht ablenken lassen. Er wird mit den anderen zusammen befreit. Folge Madams Reminiszenen zu den Speicherservern. Scheiße. Blöde Madame. Hof. Nur Autosität. Was ist hier? Lagerraum. Lass mal hier reingehen. Ah. Neo Paris. VIPs. Es regnet gerade über Paris. Edge? Okay. Ich bin in Position. Los. Du bist echt die Superheldenschwester. Wirklich. Du musst in der Nähe vom Eingang zum Panoptikum im Hauptturm sein, wo die Gedächtnisserver sind. Finde mit dem von Madame gestohlenen Gedächtnis den Weg dort rein. Okay. Ähm. Da lang. Oh nein. Was ist das jetzt? Oh nein. Muss ich mit denen spielen? Scheiße. Scheiße. Rata werde ich gleich verprügelt. Ein 10-30. Ah. 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 Das ist alles was. Ich hab' ne Laute auf. Ich bin drin. Das. Jawoll. Rechte. So, Mann. Das. Das. Das kann ich trennen. Halt. 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 Noch mehr. Oh oh. Das roste in Frieden. Macht Roboter zu verbünden, die alle Ziele am Boden angreifen und sich dann selbst zerstören. Okay. Ich drück doch. Das ist großartig. Wir sind gleich mit ihr fertig. Warum kann ich nicht anreifen? Ich kann nicht angreifen. Warum kann ich jetzt nicht angreifen? Ah, jetzt war ich wieder. Ah, jetzt war ich wieder. Oh, mein Gott! Ah, man. Oh, nein. Ah, nein. Das ist mich. Wow, das war keine Absicht. Entschuldigung. Na komm. Ah, geschafft. Na komm, du hast deine Jawasen. Na komm. 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 Ah Mann Geh aus Waaah! 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 Die Einzige, die hier mit Erinnerungen spielen darf, bin ich. Ach, bist du das? Oh nein. Wieder ein großer Hof. Ich will aber niemanden kämpfen. Oh. Ich hab keinen Bock. Ich will dich schon wieder kämpfen. Was ist das? Eine neue Kombo ist im Kombo-Live verfügbar. Drücken Sie Tab, um Sense im Menu aufzurufen. Oh. Oh, was ist das? Wo ist denn eine neue Kombo? Hm? Komisch. Egal. Ey. Wieso kämpfe ich gegen Geister? Wo kämpfe ich denn jetzt gegen Geister oder Änderungen? Was ist denn hier los? Kann ich ja nur so besiegen. Offenbar. Na komm. Seit wann ist deine Remini-Szene feindselig? Edge, hier geht etwas ganz komisches ab. Edge kann dir nicht helfen, Spatz. Das Spiel hat begonnen. Und ich bin dran. Oh, Madame. Das war eine Falle von ihr. Dann warte mal schön, mein Schatz. Nill, hast du mich vermisst? Nicht schlecht. Eine eingeklinkte Reminisce. Wusste ich's doch, dass dir das gefällt. Ich will mein Gedächtnis zurück. Alles ist hier. Du brauchst nur zu schauen. Ihre Spielchen machen mir keine Angst, Madame. Bald, meine Kleine. Sehr bald. Was zum... Das nenne ich doch mal ein interessantes Spiel. Aha. Ein sehr interessanter Ort. Wow. Ich habe ein neues Spiel. Ein besonderes Spiel. Nur für dich. Willst du eine Privatstunde?